hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von we happy few und wir haben die celebrations planet for joy anniversary wie ihr seht sitzen wir jetzt auf der bank und das ist ganz gut wenn er mich zuletzt als aufgehört der eigentlich hier hinter waren ja hier sieht ich wieder anders aus und deswegen ganz gut muss man nicht ganz umgehen wir sind zu einer nähe der freudekabine wenn man es bei allen kriegen war freude hin dann sind wir ja richtig happy 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 dann gehen wir nämlich zur plessie ich habe mir noch eine zweite da die sojote strawberry das war eigentlich zu Ich bin der erste Punkt, mein Mann. Du bist wirklich? Du bist du mich? Du bist du dich? Oder du dich nicht? Du bist du dich! Das sind sie. Die Hände sind alle blöde. Was war das? Das ist die Verlager. Da da! Vielleicht sollte ich dort ein bisschen. Das sind sie! Wir sind doch jetzt wieder glücklich. Ich weiß, er will. Sauber ein bisschen für den nächsten Minuten. Die Leute hassen uns trotzdem, ob das doch unfassbar. Das weiß ich allerdings auch nicht. Wieso bin ich denn voller Blut? Ich bin doch nicht voller Blut. Ich hab keine Ahnung. Nur weil ich den runter gezogen habe oder was? Das sind auch die, die mich vorhin gesucht haben. Zack, sind wir wieder hier. Ich kann doch jetzt nicht alle abschnitzen. So kann ich schon, möchte ich aber nicht. Jetzt ist unsere Freunde gleich weg. Oh Mann ey. Ich versuche trotzdem mit dem Bobby zu sprechen. Ich hoffe, ich kann den neuesten Bobby zu lassen, mich zu fixen. Haben wir hier vielleicht noch Drogen da? Oh, bereinigt die... Oh. Ich muss dann so reduzieren. Damit ich in dieses eine Haus rein kann. Verstehe. So. Wir reden mit dem Bobby. Können wir wohl nicht, wenn wir nicht unter Drogen stehen. Die gehen mir echt richtig auf den Sack, ne? Ja, ich will ja wieder Freude spüren. Jesus. Oh mein Gott. Ja, das ist... Also... Was ist denn mit dem? Ich will doch Freude haben, aber... Oh Mann ey. Die sind ein bisschen anstrengend. Wenn ich das mal so sagen darf. Du hast dich. Das war's für heute. Okay, watch out for scurvy, Uncle Jack says. So, die nächste Nebenmission, die wir gefriggert haben, aber ich möchte die Hauptmission hier machen. Ich muss hier mit dem sprechen. Natürlich nicht. Ich weiß, ich bin hier, um zu sehen, was ist falsch. Und sie senden random citizens, um zu verabschieden, um zu verabschieden, links zu verabschieden? Oh, die andere. Nein, nein, nein. Ich komme zurück in ein paar Tage, und die Künstler werden das alles verabschiedet. Ich muss hier sein, um zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden. Ich möchte nicht den... Ich dachte, das stand doch jetzt ein Blaumann. Wo habe ich denn den Blaumann? Ja, das ist schön, aber... Nee... A Quest-Gegenstande ist es ja auch nicht. Ah... Okay, was ist das, was ich selber angetriggert habe? Ja, ist es. Kann ich jetzt mit dem doch wieder sprechen? Ich... Kann ich denn jetzt mit dem sprechen und vor allem... Wie kann ich jetzt den Blaumann anziehen? Oder... Ach, ich muss sie bestimmt erstellen. Ah... Ja... Wir brauchen also noch ein paar Sachen. Okay, das erklärt natürlich, warum wir keinen Blaumann anziehen können. Ich dachte, ich hätte schon genügend, aber klar, dann halt nicht. Äh... Wir gehen mal hier zu... Zu der Mission. Mausetoter... Freudloser... Was ist in deinem Koffer? Ja... Was ist mit ihm? Oh, ich bin nicht ganz sicher. Er ist ein starker Bürger, seitdem ich auf dem B. Ich denke, heute ist er, um zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden, wie ein roten Downer. Wir können nicht das machen. Ich weiß nicht, wo er dachte, dass er geht. Niemand geht nach dem Garten, das muss man nicht. Vielleicht hat er relatives auf der Brücke. Haha, das stimmt. Es ist ein Verabschied von relatives auf der Brücke. Was ist mit einer Brücke? Er... Nein. Natürlich nicht. Es gibt nichts zu beschäftigen. Das ist ein Verabschied. Ich bin sicher, dass die Glück ist, wie es es gibt. Die Brücke wird einfach besser und besser. Du, immer noch zu nehmen, wird dir das gehalten. Ich hoffe, dass du dieses Ding möchtest. Ich hoffe, dass du dieses Ding möchtest. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun. Die Brücke wird einfach in der Brücke. Das ist ein Verabschied. Ich hoffe, dass du das richtig gut bist. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun. Alles gut. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun. Ich bin sicher, dass ich das wichtigste machen. das war bestimmt nicht so gewollt egal ich weiß auch gar nicht weil ich so von den jetzt geholt habe ich habe nur halt gestohlen aber ich bin ja nicht im blut ich habe auch ich habe nicht ich Oh, look what I found. Well, I'm glad all the... There's the one that did it. I got bloody love on you! How do you think I used to run a hundred meters? So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir sind wieder safe. So. Ah, was haben wir denn jetzt so dazu bekommen? Das Ding haben wir dazu bekommen, ne? Das Tagebuch von dem Mann. Und hier, geschrieben von Dr. A. Verlock. Lieber Mr. Burgess, danke für den jüngsten Brief. Die beschriebenen Symptome, Angstzustände, Schuldgefühl und Hunger, sind gewöhnliche Anzeichen von Freudeentzug. Ich kann versichern, dass die Probleme allesamt nur Kopfsache sind. Genauer gesagt, ein Resultat chemischer Vorgänge im Gehirn. Auch wenn sie es sehr realistisch anfühlen mögen. Falls der Wechsel zu einer anderen Geschmacksrichtung von Freude nicht hilft, hast du Anspruch auf eine persönliche Behandlung im Harvard Labor. Jeder Arzt kann für dich die entsprechenden Tests an unsere Einrichtung beweisen. Er kann dich für den Schritt, ne? Billy Burgess Tagebuch. Es ist alles Kopfsache. Es ist alles Kopfsache. Es ist alles Kopfsache. Es ist alles Kopfsache. Eine chemische Reaktion, wenn nicht. Das sagt Dr. Verlock. Und er ist Experte. Wenn dieser Hunger nur ein Fantasieprodukt ist, ist es meine Änderung vielleicht auch. Oh Gott, bitte lass es nur meine Fantasie sein. Mehr Freude. Ich brauche einfach mehr Freude. Dann habe ich es vielleicht nicht getan. Nicht wirklich. Nicht so wie ich denke. Bitte. Gott. Ja. Ich glaube, er hat es getan. Was er auch immer er getan hat. So, da haben wir jetzt alles. Darum haben wir noch eine Zeit. Und wir brauchen einen zerfetzten Regenmantel. Ich habe da eine Idee. Hier ist was mit Regen. Sieht nach Regen aus. Mr. Punkhorst. Deswegen. Gehen wir mal zu ihr. Ja. 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 Wir scheinen auch ein bisschen verrückt zu sein. Wie ist die Verrückt. Wie ist die Verrückt. Wir gehen ja nacht leer. Bist du nicht so? Bist du sicher, dass du in Motilene wirst? Es ist ziemlich gefährlich. Oh mein Gott! Das ist Motilene. Was denke ich? Ich hätte besser raus können, nicht ich? Die Füllen müssen mich auf meine Hände. Es riecht wie etwas... ...burdert. Ich glaube, sie lässt sich auf meine Hände kurz auf. Es ist einfach, dass ich mich überrascht, in der Hände. Ich habe keine Hände. Ich habe eine Hände. Sie wissen, was passiert? Ich habe keine Hände. Ich habe keine Hände. Ich könnte eine Hände machen. Ich weiß das Geheimnis. Sie müssen die Hände. Ich weiß. Du bringst mir eine alte Hände. Hände. Ich werde mir eine neue Hände machen. Und ich zeige dir, das Geheimnis, die Hände durch die Hände. Das klingt ja eigentlich nicht... ...so schlecht, ne? Die Frage ist nur... ...wo finde ich einen alten Regenmantel? Den brauche ich nämlich auch selber. ...woarer... 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 ...was sie auf? ... 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 Ich liebe sie auch. Ich muss die Lilien holen. Und ich habe Lilienzwiebeln. Ich habe Lilien vorhanden, ja. Aber auch Lilienzwiebeln ist ein bisschen blöd. Das war nicht so geil. Das Problem ist nur, das ist der Krimsgamsplan. Was ist der Krimsgamsplan? Ja. Ja, das ist der Krim. Ich nehme die Krimsgamsplan. Ich nehme die Krimsgamsplan. Das ist das Krimsgamsplan. Jetzt haben wir die Krimsgamsplan. Das ist das Krimsgamsplan, der Krimsgmband ist. Ich nehme die Krimsgamsplan. ok seit stiefel immer mal hier ist ein aufgerüst i hope you like my favorite song gets you to come again soon we often have news dark i don't know what i need nice to see you then we're still there hier muss irgendwo der nächste schuppen sonst hier ist nicht das ist ein zivilistiger dealer ach der ist hier ach wie witzig blau mann klasse kurzschließer das ist ziemlich cool dann können wir doch jetzt unsere mission doch machen nackig sollte man nicht rumlaufen wir ziehen blau mann klasse nein solltest du nicht die plässe brücke wir haben ihn ja schon bestochen wir könnten nicht mehr mit ihm sprechen er ist einfach zu besoffen toll ja wir sind zumindest trotzdem hier drin kennen wir ja gucken ob das jetzt funktioniert das ist der mörder ich bin noch kein mörder freundlos solltest du da also nicht reingehen freundlos solltest du da also nicht reingehen so ich glaube die wissen nicht mehr wo ich bin das ist ganz gut wir müssen hier trotzdem zur freundgewinne 5 für 24 e euro Guck mal, jetzt haben wir es einfach wieder vergessen. Das ist doch klasse. Die sind so blöd. Nein, ich bin doch zum Wegpunkt. Ich habe nur das Gefühl, dass ich hier irgendwo hinkomme, wo die Freude ist. Die ist nämlich hier drin. Das ist ja die sehr komische Schuppe, wo wir drin waren. Kann das sein. Ja, da ist auf jeden Fall ein Freudenspender, den wir nicht bekommen. Also müssen wir wieder hier vorn hin. Dann versuche ich die Freude nochmal doppelt auch zu speisen. Oh, das ist ein Kili. Damit wir auch rechtzeitig dahin kommen. Ja, ja, immer dieser Ladebildschirm. Now and Ring Maidenhorn. Da sind wir schon eher zur Zeit. Stimmungskabine. Freude, Freude, Freude. Ich gucke jetzt mal, wie fühlt sich das auffällt, weil das bringt mir auch nichts, wenn wir jetzt nach hinten rennen und das nicht reicht. Boah, ne, wir müssen eine doppelte Portion hin. Das ist wieder total riskant. Oh, keine Überdosis. Das ist, äh, positiv. Da müssen wir mal hier ein bisschen schneller rennen. Nein, Arthur, du lässt es jetzt nicht ruhig angehen, sonst bist du gleich wieder da vorne an der Brücke und, äh, bist du nicht rechtzeitig da. Das ist so klasse, wie der geht, ne? Guck mal hier. Du, 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 du. Das hast schon so cool gemacht. Guck mal, überall Regenbogen. Regenbogen. Ja, die ist doch jetzt repariert. Ernsthaft. Naa. Simon Says with Uncle Jack. Simon Says, step on one left platform. Ja. Let's get them a lot. Let's get them a lot. Fantastic. You did it. Here's some joy. You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Step on three left platform. Step on three lit platforms. Ha 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 ha. I didn't say Simon Says. Now, Simon Says, step on three lit platforms. What and chase a. Wow. Wow. You did it. Here's some joy. You can never have too much joy. You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. I will get them a lot. Now, for the last challenge, Simon Says, step on all the lit platforms. All right. All right. Nein, danke. In dem Sinne, bedanke ich mich dabei dafür, dass ihr zugeguckt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, vergesst nicht mich zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!